Du sprichst immer von neuen Diäten Weil ich keinen Führerschein mehr hab, weil ich zu schnell bin und dem Radar zum Opfer falle Das Curly Sue jetzt Läuse haben soll Und zwar alle Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden? Mein Arbeitgeber hat mich zu sich zitiert Ich habe in der Arbeitszeit zu viel privat telefoniert Seine Präsentation hab ich ihm angeblich auch versaut Und letzte Woche hätte ich die Kaffeekasse geklaut Was ich denn dazu zu sagen hätte Eine Chance sich zu äußern Gebe er ja jeb Hätte, hätte, hätte Fahrradkette Nee egal Lass uns lieber über Fußball reden Können wir nicht einfach über Fußball reden? 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 Der Job war sofort weg Die Beziehung hat noch drei Wochen gehalten Ich hab mir sofort ne Dauerkarte fürs Stadion gekauft Es wurde Zeit das Leben neu zu gestalten Außerdem hab ich den Kicker abonniert Er hat beim VfL Stammtisch Einen ganz festen Platz reserviert Am schönsten ist es ja Hier mit den Kollegen Da kann man einfach über Fußball reden Können wir nicht einfach über Fußball reden? Du sprichst immer von neuen Diäten Und wie schlank sie mich in Zukunft machen Du redest immer über eklige Krankheiten Am schlimmsten sind da diese Frauenarzt-Sachen Dass ich bald keinen Führerschein mehr hab Weil ich zu schnell bin und dem Radar zum Opfer falle Das Curly Sue jetzt Läuse haben soll Und zwar alle Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden? Mein Arbeitgeber hat mich zu sich zitiert Ich habe in der Arbeitszeit zu viel privat telefoniert Seine Präsentation hab ich ihm angeblich auch versaut Und letzte Woche hätte ich die Kaffeekasse geklaut Was ich denn dazu zu sagen hätte Eine Chance sich zu äußern, gebe er ja jedem Hätte, hätte, hätte Fahrradkette, nee egal Lass uns lieber über Fußball reden Können wir nicht einfach 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 über Fußball reden